Drei positive Zahlen bilden eine geometrische Folge mit Differenz r streng größer als 1. Das Produkt der beiden größten Zahlen ist gleich 1. Für welchen Wert von r erreicht die Summe dieser drei Zahlen den kleinsten Wert? Aus Gewohnheitsgründen bezeichnen wir die Differenz mit x, also ist x streng größer als 1 und wir bezeichnen die mittlere Zahl mit a, also ist a größer gleich 0. Hier sind diese drei Glieder der Folge, die mittlere Zahl ist a, die Zahl links ist a geteilt durch x, wir sind sicher, dass x nicht 0 ist, denn x ist streng größer als 1 und die Zahl rechts ist a mal x. Wir wissen, dass das Produkt der zwei größten Zahlen 1 ergibt, also ist a mal a mal x gleich 1, woraus wir schließen, dass a² 1 auf x ist, nochmal, x ist nicht 0, denn x ist ja streng größer als 1. Und daraus schließen wir, dass a gleich plus minus Quadratwurzel von 1 auf x ist, aber weil a ja größer gleich 0 ist, ist a gleich plus die Quadratwurzel von 1 auf x, also 1 geteilt durch die Quadratwurzel von x. Wir suchen eine Information bezüglich der Summe dieser drei Zahlen. Diese Summe schreibt sich also so und hier berücksichtigen wir, dass a gleich zu diesem Bruch ist und somit schreibt diese Summe s mit x ausgedrückt sich in dieser Form. Hier machen wir alles gleichnamig und finden für s von x 1 plus x plus x² geteilt durch x mal Quadratwurzel von x. Wir suchen den Wert von x, für den dieses s von x minimal wird, also leiten wir dieses s von x zuerst ab. Wir haben f auf g' das macht f' mal g minus f mal g' geteilt durch g². Wir sehen, dass wir im Zähler Quadratwurzel von x ausklammern können. Vorsicht mit diesem Nenner 2. Wir müssen auch den ersten Term auf 2 bringen, also wird er oben mit 2 multipliziert. So führt das s' von x zu diesem Bruch, der sich dann schnell zu diesem Bruch vereinfacht. Jetzt machen wir von s' von x eine Zeichentabelle und dazu brauchen wir die besonderen Werte. Da ist es die 0, da auch und hier haben wir ein Trinom zweiten Grades. Wir lösen also diese Gleichung, die diskriminante Delta ist gleich 13 und die zwei Lösungen sind 1 plus minus Quadratwurzel von 13 geteilt durch 2. Jetzt erstellen wir eine Zeichentabelle für s' von x. Als besondere x-Werte haben wir 1 minus Quadratwurzel von 13 geteilt durch 2 und 1 plus Quadratwurzel von 13 geteilt durch 2. Das sind die zwei Nullstellen von diesem Trinom zweiten Grades. Die 0 ist der besondere Wert für Quadratwurzel von x sowie auch für 2x hoch 3. Und da wir wissen, dass x streng größer sein muss als 1, habe ich auch hier sofort diesen besonderen Wert 1 eingetragen. Die Zeichenzeile für Quadratwurzel von x ist diese. Bei 0 ist diese Wurzel gleich 0. Rechts von der 0 ist sie streng positiv. Und links von der 0 ist sie nicht definiert. Die zwei Nullstellen von diesem Trinom sind diese beiden Zahlen. Außerhalb von diesen zwei Nullen schreiben wir das Vorzeichen der Vorzahl von x², also Plus, und dazwischen entgegengesetzt. 2 mal x hoch 3 ist 0 bei 0. Rechts von der 0 streng positiv. Links streng negativ. Und jetzt können wir diesen Teil der Tabelle vergessen. Wir brauchten diesen Teil, um diese Vorzeichen zu finden. Jetzt können wir ihn aber wegstreichen, denn wir brauchen nur Informationen, wenn x streng größer ist als 1. Also wenn x sich hier befindet. Links von dieser Zahl, also da, ist s' streng negativ. Bei der Zahl selbst ist s' gleich 0. Und rechts von der Zahl ist s' streng positiv. Also so. Und daraus schließen wir für s, hier ist s' fallend, hier ist s' steigend, und bei dieser Zahl erreicht s effektiv ein Minimum. Jetzt beantworten wir die gestellte Frage und ersetzen das x wieder durch r, das heißt, die Summe s erreicht ein Minimum, wenn r gleich 1 plus Quadratwurzel von 13 geteilt durch 2 ist. Und jetzt beantworten wir die Summe sicht.